Hallo Leute, es geht hier weiter. Mit Outlast. Wir haben 40 Frames. Ich hoffe, das bleibt so. Und wer war das? Jess, komm zurück! Alles klar. Wir sollten ihr folgen. Ganz gute Idee. Was war das hier? Und zwar in die Nukleid. Kann es nicht so hell sein wie hier? So geht es ja noch. Warte, wo? Warte mal hier. Wie sieht es aus, dass wir mal rein gehen? Was ist da los? Guck mal dieser Lärm hier an der Schule. Oh, die Toiletten. Oh, ich muss jetzt versicken, Alter. Lass mal... Also, die Toilettenputzkorn, ne? Ne? Wer spielt denn hier nicht ab? Was soll der Scheiß? Der soll nicht immer stört sein. Ich bin ein bisschen tiefer. Platsch! 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 Ah... Gut! Ich frage einfach nicht. Lass die auch alle offen... Weil es so oder so doof ist. Warum kommen die denn in die Toiletten rein? Und hier ist einfach nichts. Save the Türen. Aha! Schöne Microsoft-Overlay. 1995. Ich ließ Roland Gray heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Peter Lothamage erzählte mir. Er sei besorgt. Sie wäre etwas zu empfindlich und das bezweifelte ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hatte schon mit ihrem Vater und seiner impulsanten Persönlichkeit zu tun gehabt. Und ihre Mutter, was ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen, jedenfalls meint Peter Lothamage, dass Jessica nicht auf den Schulausflug der Klavierfabrik sollte. Und die Stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Was flackert sogar, wenn man da drauf geht. Hallo? Hallo? Puta, God. Hey. So, kommt man hier rein? Weil schnell die Leute dahin gelernen sind, ne? Das ist halt Dachma. Die ist Dachma, ne? Wo stehen jetzt die Machen? Vielleicht hier rein? Das ist aber auch nix. Nicht mein Dokument oder so. Wo kam er überhaupt nochmal? Das ist Flo. Die ist ja offen. Ich hatte schon getestet das hier. Was der fuck? Dann gehen wir. Mein Vater ist über uns. Schaut liebend herab, also passt auf was ihr da seht. Kleine Augen. Esjas sind wirklich kamen kannst bei nem aquele. Wir single aber Leute, früh, Tag. Frühliche Leute singen und was das immer schon tsp ist. Dann lad doch nach. da draußen ist es noch wieder ein büro ganzen büro ist von den leuten von den bergern bandage ist immer gut der virtuellen welt hier sie sind dritter elgen schasseur dann hat er wie dankeschön danach besucht viele das ist alles klar Ja, haben wir Gollum, Kugeln, Tumor hat der Boden bekommen hier. Überall Tumor, haben wir die Batterie, dann können wir fast übersehen alles, haben wir einfach durchgelaufen, was ich auch nicht heute machen sollte, ist auch noch was, wieviel ist denn hier? Oh, noch eine Batterie. Oh, ok, jetzt schenken sie aber welche. Und hier ist... nichts. Jetzt hätte man auch genügt. Jetzt ist zu, ok. Also wären wir jetzt einen Schritt nachher gegangen, wäre alles zu, wäre alles für die Katze. Ok. Was ist das? Oh, diese Fingerman. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Oh, jetzt sind wir wieder hier an der Welt. Das müssen wir nicht mal überlappen, das ist irgendwie cool, wa? Ja. Nein, 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 lass uns los. Fingerman. Geh aus mir! Fingerman. 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 Nein, 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 nein. Ich höre, die Fingerman. Gott, Gott. Bitte, Gott. Gott, Gott. Bitte, Gott. Gott, Gott. Gott. Executive, Y terus Gender heute. Er ist der Skull Messiah. Ihr Mein Name ist eine Kreuzung. Die Welt ist verletzend. Die Erde. See? Wir sind alle bereit für dich. Was? Nicht so! Bitte! Wo ist dein Geist? Du solltest du eine Geist für uns haben. Um uns zu steuern. Eine Geist? Was? Na, nicht so gut. Ich glaube, wir teilen die Nähne ins. Warte, warte! Warte! My god is so bad. Why?! This is a... Ah! Hand me that. Ah! Why?! Oh! How could I not die? Halt in a glass, but it's a camera. Not a book. This is my god's hand. How could I not know? Please forgive me about me. There is no suffering I do not deserve. I am the one best friend of mine. I must study these lists. Grab the other nail in here. No! 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 Ah! What do you have to do now? Look at the cross. And now? What do they need to do now? Es gibt auch Seile, ja? Alter! Das Spiel ist so ekelhaft. Das Spiel ist so... Oh Gott! Fuck! Gott! Das Spiel ist nicht so. Fuck! Ich muss es zu spüren. Ich muss es... Dann habe ich jetzt auch nicht. Jetzt sagen wir, dass ich mich dann wieder anmache. Oh, shit, 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 shit. Ah, fuck. Fuck me. Oh, fuck, that hurts. Das war noch die Kamera, ne? Irgendwie. Ich will ihn ja nicht hin. Tut mir leid, ich bin gesegnet worden. Ich darf das. Ich bin gesegnet worden. Schön ausgeleuchtet hier alles. Wir haben ja keine Kamera. Oh, die haben uns entdeckt, dass wir uns verhängen. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit, voll. Oh, shit. Kann man sich da verstecken. Schatz, jetzt seh ich, das ist wie unten nichts. So. Sie hat sich nicht gearscht. Jetzt kann ich sie nur speichern. Ja! Ich habe sie nicht gearscht. Ich bin nicht gearscht. es ist immer noch feuer es ist der kasse ja hier hier so wichtig da schauen wir da schauen wir alle sind dann ne mit dem Wolf da brauchen wir unsere Kameras ich lasse dich mal in Ruhe ich lasse dich mal in Ruhe ich lasse dich mal in Ruhe oh nein ich kann mich nicht mal drucken oh nein reinfei und ich bin tot jung alles klar schnell Schnellschneid Schott so schreien die noch die die das . Alter. Dax hier. Weck. Fügel. Ich glaube, wir können drücken, ne? Es ist vorbei. Was muss ich denn da machen? Messias, ja, nämlich auch. Äh. Ich kann's nicht mehr drücken. Die kommen automatisch. Das kann man nicht sehen. Ich suche alle. Wie ein Verstecker. Wie eine Wand. So. Das ist der Falle. Wollen wir mal runter? Da gibt's ja mehr. Ja, die muss ja. Definitiv. Oh. Dass ich da nicht hochhangeln kann, ne? Da zackle ich dich. Das wird mal wiederholen. Das ist natürlich nicht so gut. Wie ist das denn? Nein. Geil. Das ist nirgends wohl nie schön oder so. Ja. Kann mich wieder dücken? Oh. Hey. Wow. Hey. Warte, verlang nie von mir. Absache eben hatten sie mit den Pfeilen Schwierigkeiten, also hatten sie einmal abgefeuert und war so angeschwächelt ein bisschen und jetzt zack, tot. Da ist die Batterie jetzt immer hoch. Nicht so gut. Was verdauert denn hier alles? Ist der Verlückt? Jetzt hier noch weiter. Es sieht mir nicht so aus, ob das eine Falle wäre, wenn ich da einfach einstelle. Das war eigentlich nicht so gut. Oder ich spiele eigentlich nicht über einen Scheinplumpser. Da sieht mir eher so aus, dass er geschwappen muss. Ja, duf ist. Ja, duf ist. Ja, duf ist. Ja, das spielt auch so, ne? Die sind nicht bämmlich. Ich verstehe, aber weh. Auch. Trotz Hupferns hat er mich irgendwie in die Schulter getroffen oder so. Keine Ahnung. direkt holt. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas muss ich da machen. Ich war in den kleinen Schritt und wir sehen es ja beim nächsten Mal. Das wäre ja auch eine Option. Ich guck mal offline, weil das hat ja keinen Slack. Aber direkt holt er nicht hier. Keine Ahnung. Wir sehen es dann gleich. Ciao.